Kapitel 3 Ausarbeitung und Vorbereitung für den Malfarben und Glanzbrand Erarbeiten Sie mit Diamantschleifern eine natürliche Form und Oberfläche. Bilden Sie Wachstumsrillen nach und formen Sie gezielt konvexe bzw. konkave Stellen aus. Erhabene Stellen und Bereiche, die nach dem Glanzbrand stärker glänzen sollen, können Sie vor dem Glanzbrand mit Silikonpolierern vorpolieren. Charakterisieren Sie die Restauration mit den IPS IvoColor Malfarben und finalisieren Sie sie mit dem Glanzbrand. Abschließende Korrekturen der Schulterpassung mittels Korrekturmasse IPS Style Serum Add-on Margin können Sie, falls nötig, zusammen mit dem Glanzbrand realisieren. Die genaue Vorgehensweise beim Malfarben, Charakterisierungs- und Glanzbrand entnehmen Sie dem Videotutorial zur Standardschichttechnik mit IPS Style. Bitte beachten Sie bei der Herstellung von IPS Style Restaurationen die Verarbeitungshinweise und Sicherheitsdetails aus der IPS Style Gebrauchsinformation.